Willkommen zu hell! Die Strecke solltest du kennen. Also hier im Polo sitzt man deutlich besser. Wie hieß es, Deiner? Besser, ja, viel besser. Dafür, dass ich die Strecke kenne. Wow. Da sind wir das letzte Mal bei Regen gefahren, oder? Kann sein, aber es war auf jeden Fall ein Dirt Rally. Und da sind wir mit den... Wollen wir die Joker-Runde einmal fahren? Ne. Ich habe keine Rallycross-Regeln. Also es ist ein stinknormales Rennen, nur mit Rallycross-Wagen auf einer Rallycross-Strecke. Oh, oh, oh! 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 Und dann kämpft er. Oh! Oh! Oh, da ist Sven Ben da rausgerammt oder war das jemand anders? Ja, das war ich. Ausgezeichnet. Da habe ich wieder einen überholt. Nicht mehr letzter. Oh, bei diesen Curves, die so eine Kante haben, da musst du richtig aufpassen. Oh, der hätte fast die Joker-Runde genommen. Dort Rallye bin ich ja immer mit Gamepad gefahren. Das ist irgendwie deutlich einfacher. Deswegen zieht er nicht. Beim dritten, dachte ich. Hast du wen rausgekickt? Nee. Weil hier wieder einer sich festgefahren hat. Ich bin der dritte. Und ich bin hinter dir. Nein. Ja, weit genug hinter dir. Ich habe dich durch die Kurve fahren sehen, als ich runter kam gerade. Und jetzt in der Spitzkehre. Jetzt durch und auf den Pin. Ich muss auf dem Dach gelandet. Das war der Personal Best Lab. Set up. Personal Best Lab. Yay. Das Hütchen nochmal überfahren, dass du gerammt hast. Die Linie erinnert mich auf jeden Fall daran, wie ich das auch in der Rallye fahre. Nein. Es kann doch nicht sein, dass ich mich in der letzten Runde halte. Ich bin so komisch. Ich bin so komisch. Der James Maypin hat er überholt mich. Mit einem Clarkson-Avatar. Ich bin so komisch. Ich bin so komisch. Der James Maypin hat er überholt mich auf jeden Fall. Ich bin so komisch. Ich bin so komisch. Vielen Dank.